In diesem Video gebe ich dir einen kurzen Einblick in die Dermatitis. Als Dermatitis wird eine entzündliche Reaktion der Haut bezeichnet, die vornehmlich die Dermis, also die Lederhaut, erfasst. Ein Synonym dafür ist über weite Bereiche der Begriff Eczem. Allerdings handelt es sich bei der Dermatitis um eine breiter gefasste Definition und ein Eczem müsste eigentlich genauer als Dermatitis-Eczematosa bezeichnet werden. Um die verschiedenen Erkrankungen der Haut festzustellen, muss auf die Effloreszenzlehre zurückgegriffen werden. Die Effloreszenzlehre lässt die Merkmale aller Erkrankungen auf der Haut sichtbar erscheinen. Zu den bekanntesten gehören zum Beispiel der Fleck, die Makula, die Papel, Papula, eine über dem Hautniveau liegende Erhebung. Sie entsteht durch eine Verdickung der Epidermis, dann auch das Bläschen, Vesikula, und auch die Blase, Buller, mit Flüssigkeit gefüllte Hohlräume, die über das Hautniveau erhaben sind. Dann auch die Quaddel, Urtica, ein umschriebenes akutes Ödem in der Lederhaut, das durch Plasma-Austritt aus den Gefäßen bedingt ist. Dann auch die Zyste, die Hautschuppe, Squama, und die Ragarde oder Fissur, ein spaltförmiger Haut-Einriss. Und abschließend auch das Ulkus, also das Geschwür. Viele Hauterkrankungen werden mit Lokaltherapeutika behandelt. Deren Vorteile sind Wirkung am Erkrankungsherd mit einer erhöhten Konzentration des Arzneimittels, wie auch, dass die Nebenwirkungen geringer sind als zum Beispiel die von Glucocorticoin. Die drei Komponenten von Lokaltherapeutika sind Grundstoff, also zum Beispiel Salbengrundlage und Trägerstoffe, Wirkstoff und Zusatzstoffe. Die lokaltherapeutische Anwendung erfolgt als Auftragen von Cremes, Salben- oder Schüttelmixtur, Anlegen eines Verbands, Anlegen eines feuchten Umschlags oder als Zusätze für entsprechende Voll- oder Teilbäder. Viele Erkrankungen bedürfen auch einer gezielten medikamentösen Behandlung. Hier eingesetzte Präparate sind unter anderem Antibiotika, Antimykotika bei Superinfektion durch Pilze, Antihistaminika bei Juckreiz, Glucocorticoide bei schwerer Ausprägung, Retinoide bei Psoriasis, Akne und Rosacea, sowie auch Immunsuppressiver im Rahmen von Autoimmunerkrankungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017